Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Falls ihr jemanden da gerade gehabt habt im Hintergrund, das ist mein Designer Dayuri. Kann sein, dass der nochmal zwischen rein redet, obwohl ich es ihm eigentlich untersagt habe. Ich bin hier nämlich im Büro, deshalb auch kein Greenscreen, sondern mich hier komplett mit Büroteil hier im Hintergrund. Ja, es geht um British American Tobacco, 8% Dividende und ihr seht hier ja schon, dass wir eine Aktienanalyse veröffentlicht haben gestern. Kam gut an, ist ja auch ein interessantes Thema. Wir haben hier schon 732 mal geteilt diesen Inhalt. Ich habe euch gefragt gehabt hier auf dem Aktienfinder YouTube Kanal, ob wir auch hier parallel ein kleines Video zu drehen sollen. Habt ihr euch mit 60% der Stimmen dafür entschieden. Gab also auch einige, die da nicht so drauf erpicht waren, aber ist irgendwo typisch für Tabakaktien, da scheinen sich nun mal die Geister. Und wir werden jetzt hier, oder ich werde jetzt hier diese Aktienanalyse auch nicht 1 zu 1 wiederkäumen, sondern einzelne Akzente setzen. Insbesondere, warum die Tabakaktien denn jetzt so unter die Rede gekommen sind. Denn das übliche Narrativ ist ja, Tabak ist ein Auslaufmodell. Aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass die Aktien deshalb jetzt leiden, beziehungsweise die Aktienkurse. Denn guckt euch doch mal das Ganze hier an. Seit den 80er Jahren schon ist die abgesetzte Tabakmenge rückläufig. Aber die Aktienkurse, das zeige ich dir gleich, gingen trotzdem die ganze Zeit nach oben. Es ist ein ganz neues Phänomen, dass die Tabakaktienkurse leiden. Und wir werden uns jetzt mit der Frage beschäftigen, warum ist es denn so? Und ich kann euch sogar das Datum zeigen, ab dem es mit den Tabakaktienkursen nach unten gegangen ist. Vorher noch kurz, der Vollständigkeit halber. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investition in Aktien, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst. So, ich habe dir versprochen, das Datum zu zeigen, ab dem es mit den Aktienkursen nach unten ging. Das hier ist von TradingView.com und da siehst du hier, angefangen von den 90er Jahren, den schönen Aufwärtstrend von British American Tobacco. Beispielhaft für alle anderen Tabakkonzerne auch. Und dann irgendwann gab es dann hier die Trendumkehr und die Aktienkurse rauschten gen Süden. Das Datum, das entscheidende Datum hier im Wochenchart jedenfalls, ist der 24. Juli 2017. Was ist da passiert? Da gab es dann nochmal die FDA, die Food and Drug Administration aus den USA, die da scheinbar ernst machen wollte mit dem Verbot von Mentholzigaretten und auch anderen mit Menthol angereicherten Produkten. Und hier haben wir die FDA hier vom 27. Juli 2017, also kurze Zeit später, nochmal eine Veröffentlichung, dass sie ernst machen wollen mit diesem Mentholverbot. Gut, dann seht ihr hier auch nochmal die moralische Grundlage des Ganzen, dass eben Tabak die Nummer 1 ist an eigentlich zu verhindernden Todesursachen in den USA. Mehr als oder knapp eine halbe Million Amerikaner sterben jedes Jahr an, also sterben jedes Jahr vermeidbar am Zigarettenkonsum. Und diese Mentholanreicherung, die macht eben den Einstieg in diese Droge, die Todesdroge Nummer 1 hier, legal jedenfalls, wenn man so will, erleichtert diesen Einstieg und die FDA hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, jetzt endgültig den Mentholabverkauf zu stoppen. Das wäre natürlich für die Gesundheit der Amerikaner vorteilhaft. Nachteilig wäre es aber insbesondere für den Gewinn der Tabakkonzerne. Und jetzt sind wir schon gesprungen zu der Financial Times. Und zwar ist es auch hier ein Artikel, der kam ein bisschen später raus, beschäftigt sich aber auch mit dem Mentholverbot. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ich habe mir hier was markiert gehabt, nämlich hier, genau. Und da steht wieder die Bedeutung hervorgehoben der Mentholanreicherung für die unterschiedlichen Tabakkonzerne, aber insbesondere auch für British American Tobacco. Denn die haben die Marke Nummer 1 und die heißt Newport. Die sind der Marktführer von Mentholzigaretten. Und hier steht dann auch nochmal US-Menthol ist für 25% des Gewinns von British American Tobacco, also auf Konzernebene verantwortlich. Wenn das wegbrechen würde, dann wäre es natürlich ein heftiger Schlag für British American Tobacco. Dann steht hier in dem weiteren Satz, dass auch Altria wenig überraschend mit 20% Abhängigkeit ist und Imperial Brands hat immer noch 15% Abhängigkeit von dem sogenannten Group Profit. Was sie jetzt genau sind, ich interpretiere es einfach mal vom Gewinn. Auf jeden Fall ist es ein großer Brocken, der da auf dem Spiel steht und es ist sozusagen das Damokles-Schwert der FDA, das jetzt über der Tabakbranche hängt. Wie jetzt diese Newport aussieht, also diese Mentholmarke Nummer 1 von British American Tobacco, habe ich mal eine kleine Bildersuche gemacht auf Google und so sieht es aus. Also hier diese mentholgrünen Verpackungen. Warum ist British American Tobacco so stark geworden in den USA? Und da blenden wir mal kurz die Factset Workstation ein, um das Ganze nochmal zu untermauern. Also über 40% des Umsatzes, Tendenz steigend hier, von British American Tobacco wird in den USA erzielt. Das heißt, die haben eine ganz starke Abhängigkeit von den USA. Und zwar hat es folgende Bewandtnis, jetzt sind wir hier im Aktienfinder. Ich vergrößere das Ganze nochmal ein bisschen. British American Tobacco hat im Jahr 2017 Reynolds American gekauft. Und man sieht es auch nochmal in das Chart-Layout, schön hier, da springt dann der Umsatz nach oben. Nein, das sind bei Imperial Brands. Die Imperial Brands hat auch mal was gekauft, aber das war schon 10 Jahre vorher. Lasst uns mal zu British American Tobacco gehen. Und dann haben wir hier das richtige Jahr. Und da siehst du dann hier diese stark steigenden Umsätze. Und das war eben der Kauf von Reynolds America. Und da haben sie sich dann eben auch diese Marke Newport mit reingekauft. Und eben diese starke marktbeherrschende Stellung. Auf jeden Fall sind sie Marktführer von diesen Menthol-Sigaretten. Und das steht jetzt auf dem Spiel. Und diese FDA, es schien mal, als mache sie ernst. Und das war eben auch im Jahr 2017, schon im Juli glaube ich. Lasst uns nochmal kurz auf Tradingview gucken. Ja, 24. Juli. Und dann ist der Aktienkurs hier mal so richtig eingebrochen. Und das war eben aus meiner Sicht jedenfalls der Startschuss für die fallenden Aktienkurse. Jetzt kann man sich ja dann die Frage stellen, was ist denn draus geworden? Weil Juli 2017, das ist ja schon ein bisschen her. Da habe ich auch mal gegoogelt, wie denn diese Ankündigungen in die Tat umgesetzt worden sind. Oder was da eigentlich passiert ist. Und dann gibt es interessanterweise, ist die FDA jetzt verklagt worden. Nämlich von der African American Group. Und zwar für Inaktivität bezüglich des Menthol-Bands. Und das ist jetzt ein Artikel vom Juni 2017. Also der ist noch relativ neu. Und was die sagen hier ist im Prinzip, dass die FDA, sie werfen der FDA Untätigkeit vor. Die habe also ihren großen Worten, hier, ihren großen Worten keine Taten folgen lassen. Und deshalb sind die jetzt selbst verklagt worden von eben dieser African American Group. Ist schon ganz interessant, wie ich finde. Also dass aus meiner Sicht das Damocles Schwert bleibt. Und dieses vorherrschende Narrativ, dass diese rückläufige Anzahl vom Abverkauf, vom Zigaretten, dass das der Grund wäre für die eingebrochenen Kurse. Das ist aus meiner Sicht nicht wahr. Denn es ist nach wie vor so, dass die rückläufige Menge an Tabak, und das hat der Maximilian auch schön ausgeführt in dieser Aktienanalyse, die werden durch Preiserhöhungen aufgefangen, teilweise sogar überkompensiert. Das heißt, das Absatzvolumen ist zwar rückläufig, aber das Umsatzvolumen, das mit Zigaretten erzielt wird, mit den klassischen Zigaretten, das steigt dennoch. Das Ganze führt jetzt dazu, dass wenn die FDA weiterhin tatsächlich nichts macht, wir extrem fundamental gesehen ein extrem unterbewertetes Aktienobjekt, eine extrem unterbewertete Aktie vor uns haben. Und das kann ich dir jetzt auch nochmal hier zeigen in der Fundamentalanalyse. Du siehst jetzt hier die steigenden Umsätze, insbesondere natürlich aufgrund des Erwerbs von Reynolds America, ging dann die Umsätze zwei Jahre in Folge stark nach oben, weil im ersten Jahr der Übernahme noch nicht alle Umsätze von Reynolds America eingeflossen sind, sondern erst hier im zweiten Jahr komplett, sodass es dann noch im zweiten Jahr nicht eine Übernahme nochmal einen Sprung gab. Und man erkennt auch, dass die Übernahme operativ geglückt ist, weil nicht nur die Umsätze gestiegen sind, sondern auch hier die operativen Margen sind dann, vor der Übernahme lagen sie bei ungefähr 37% und dann nach der Übernahme bei 40%, mittlerweile sogar bei 42%. Also sind es schon sehr, sehr hohe Margen, die auch sehr stabil in Summe sind und jetzt ein neues Niveau erreicht haben. Das ist also operativ läuft das Geschäft, da brummt der Laden und deshalb haben wir auch weiterhin steigende Gewinne und steigende Cashflows hier. Wenn du die Gewinne anschaust, die steigen also wirklich sehr schön ebenso, dann wie die Dividenden entsprechend nachziehen und momentan auch bei 8%, das ist natürlich schon ein Wort, also hier ist von Krise keine Spur und Tabak an sich als Auslaufmodell, das dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt hier Aktienkurse haben, die eine Krise nahe legen. Das ist eben wirklich ein Narrativ, dem ich mich nicht anschließen kann. Ja, dann gucken wir uns nochmal die Dividende hier an, im Dividenden-Turbo und da siehst du dann auch nochmal das Gleiche in Blau. Du siehst hier die Dividenden-Rendite, die geht hier so ein bisschen nervös hoch und runter. Das ist einer Umstellung, einen Dividenden-Rhythmus geschuldet. British American Tobacco hat längste Zeit zweimal im Jahr ausgeschüttet und dann umgestellt auf viermal jährlich. Deshalb haben wir hier so einen kleinen Hiccup, aber ab hier beruhigt sich das Ganze wieder. Und dann haben wir hier die Dividende von 8,2 Prozent, die weiter steigen soll, laut den Analysten. Und hier hatten wir deutlich weniger Dividenden-Rendite, da lag die irgendwo zwischen vier und teilweise deutlich unter vier bei 3,3 Prozent. Also hier dann mit der Dividenden-Brille aufgesetzt, ganz klar attraktive Einstiegsgelegenheit. Gut, und dann gehen wir mal nochmal richtig hier in die Bewertung der dynamischen Aktienbewertung und da sehen wir dann nochmal das Gleiche, was ich euch schon gesagt habe, nämlich hier bis 2017 war es ganz gut und ab dem Juni 2017 haben wir dann die fallenden Kurse hier. Ja, wenn wir jetzt die Aktie bewerten wollen, dann können wir gerne den ganzen Zeitraum nehmen, weil es an sich ein sehr stabiles Geschäft gewesen ist. und dann lassen wir uns mal hier die fairen Werte anzeigen und dann siehst du hier den fairen Wert bereinigt, den kann man gut nehmen. Prinzipiell auch den fairen Wert Dividende, der hier so ein bisschen Schluck auf hat, aber denk dir das mal weg und dann siehst du hier wieder, dass es ruhig läuft und dann siehst du, dass sich die beiden fairen Werte relativ naheinander anschmiegen und dann wäre die Aktie jetzt eigentlich fair bewertet mit ungefähr 46 britischem Pfund und momentan kostet aber nur 25 britischem Pfund. Sollen wir mal ein bisschen näher rein und dann siehst du hier eben die klare Unterbewertung. Das hat schon jemand gesagt hier bei British American Tobacco, da gab es auch einige Kommentare hier an der Analyse und da meinte jemand, wo steht es denn sinngemäß, hier habe ich dann auch geantwortet, dass der faire Wert aufgrund von Cashflows und Gewinnen bei Big Tobacco seit langem keine entscheidende Rolle mehr spielt. Dem kann ich mich nicht anschließen. Also für mich ist ein Euro Cash oder hier ein britischer Pfund Cash, nach wie vor Cash, also ob der jetzt in der Tabakindustrie generiert wird oder irgendwo anders, spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Eine Rolle spielt natürlich dieses Damoklesschwert, falls es irgendwann wirklich fallen sollte von der FDA, dann würde das tatsächlich dazu führen, dass ein Teil des Umsatzes mal wegbricht, weil die Raucher müssten ja dann auf irgendwas umsteigen, auf eine Nicht-Menthol-Marke und der Nachschub an neuen Rauchern würde durch diesen Menthol-Bahn voraussichtlich auch leiden, was ja aus dem Gesundheitsaspekt was Positives ist, aber aus dem Aspekt des Unternehmens eher negativ wäre. Das ist also, wie ich meine, das größte Risiko. Ein kleineres Risiko, und das hat ja auch alles dann hier in der Aktienanalyse steht das, ist natürlich die Frage, wie die Next-Generation-Products ankommen, ganz langfristig gesehen, weil sie sollen ja die Zigarette irgendwann mal tatsächlich ablösen, aber das ist halt wirklich ein schleichender Übergang von einer Zigarette hin zu diesen Next-Generation-Products, die momentan ja bereits 25, äh, nicht 25, 5% des Konzernumsatzes bei British American Tobacco ausmachen, und die haben hier Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Bereich. Für 2019 waren es sogar 30%. Hat sich jetzt, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, leicht verlangsamt, aber wir haben immer noch gute doppelte Wachstumsraten hier. Und wie gesagt, wir haben auch nach wie vor Wachstumsraten beim Umsatz bei der klassischen Zigarette. Insofern ist zwar ein Stück ein Auslaufmodell, aber vom Umsatz her trägt es nach wie vor auch zu steigenden Gewinnen bei. Gut, wenn wir mal zusammenfassen wollen, also wir haben hier eine klare Unterbewertung, so wie es auch in der Aktienanalyse schon vom Max rausgekommen ist. Ich denke halt nur, dieses Damokless-Schwert von der FDA, das ist das, was mir persönlich Bauchschmerzen bereiten würde. Also man hat da schon ein gewisses Risiko. Und das kann tatsächlich dann sein, dass wir echte Umsatzrückgänge haben werden, also eine echte negative Entwicklung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erscheint mir das doch alles bereits eingepreist zu sein, wenn man sich hier die fairen Werte oder die markante Unterbewertung anschaut. Ich kann einfach nochmal darauf hinweisen, machen wir mal das wieder weg, weil es hässlich aussieht. Wir hatten lange Zeit steigende Kurse, nämlich bis hierhin. Und dann hatten wir hier den sukzessiven Abverkauf. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir diesen FDA-Bahn im Prinzip schon eingepreist haben. Und wenn es kommen sollte, dann könnte es vielleicht nochmal, das ist einfach wirklich nur meine Einschätzung und das Ganze ist auch keine Kaufempfehlung, dann könnte es nochmal kurzfristig zu einem kleinen Abverkauf kommen. Und dann wäre die Sache aber klar, was passiert ist. Und spätestens dann, denke ich, sollte sich das Ganze beruhigen. Und wenn man dann auch, also wenn der Markt, Mr. Market dann auch sieht, was es jetzt wirklich für Auswirkungen hat, und wenn dann beispielsweise die Dividende nicht gekürzt werden sollte, dann denke ich, spätestens dann, würde es mit dem Aktienkurs auch wieder aufwärts gehen. Weil rein fundamental sieht doch das Ganze wirklich nicht schlecht aus. Ich zoome hier auch nochmal raus. Also wir haben weiterhin langfristig steigende Gewinne. Und wenn ich jetzt den Kurs mal ausblenden würde, da würdest du doch niemals vermuten, dass der Aktienkurs jetzt so einbricht, weil es einfach nicht zusammenpasst. Es passt ein bisschen zusammen, wenn wir diese Geschichte mit der FDA noch reinbringen, dann ja. Und ich denke also zusammenfassend, es ist, wenn man jetzt in Tabak investieren kann und auf hohe Dividenden steht und dieses Restrisiko in Kauf nimmt mit dieser FDA-Geschichte und dem Menthol-Bahn, dann würde ich sagen, ist es eine günstige Einstiegsgelegenheit. So, würde mich nochmal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ihr könnt ja gerne nochmal mitkommentieren. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen des Videos und bis zum nächsten Mal. Das wird dann das Update des Starterdepots voraussichtlich sein in wenigen Tagen. Ciao.